So, da sind wir wieder. Hallo, ja. So, okay, cut. Da oben ist eine Holzkiste. Vielleicht können wir die ja brauchen da unten. Kann sein. Da sind noch mehr Holzkisten. Da sind ganz, ganz viele Holzkisten, die ich nicht bewegen. Doch, kann ich. Gut, egal. Oh Gott! Ähm, ich kann dir gerade nicht helfen. Musst du auch nicht. Ich hab's jetzt ja drückt. Das war's nicht du. Ich hab's jetzt ja drückt. So, komm mit. Ich bin aber gleich schon wieder eh tot. Halbtot. Okay, nicht mehr. Vielleicht mit Soja unsichtbar oder lang? Nee, das bringt nichts, weil das ist so ein giftiges Gas. Ja, aber es kann ja sein, dass sie dann, wenn sie unsichtbar ist, da auch keine Probleme mit hat oder so. Meinst du? Ja, Frage beantwortet. Okay. Das hätte ja sein können. Ähm, gibt's da irgendwas? Hm. Joa, das Einzige. Du bist jetzt aber da weitergekommen. Ja, aber ich komm hier nicht hoch. Das bringt mir nix. Ja, da ist ein Hebel. Ah ja, wo denn? Ach, mitten im Gas, ne? Warte mal. Ja, wie kommt man da ran? Wie kann man das Gas ausstellen? Au. Ich weiß es nicht, aber ich hab hier auf jeden Fall eine Holzkiste. Bringt das was? Nee, es bringt nichts. Naja, außer, dass es mich in den Tod gestürzt hat, aber naja. Ja, sorry. Ich dachte, es bringt vielleicht irgendwie was. Ähm, nee, wir müssen den Hebel umlegen. Nur, ich frag mich, wie wir das in diesem giftigen Gas... Ja. Ja, warum nicht? Bringt aber nichts, oder? Doch. Das Gas, äh, wurde wegge... Pustet. Du kannst die Kiste loslassen. Tja, wie ich einfach mal wieder Skill bewiesen hab, ne, Leute? Weil der Toast das nicht kann. Ja. Pass auf, dann beweise ich jetzt Skill, ja? Wenn Franzi jetzt mal das Ding da schneller umlegen würde. Komm, geh weiter. Nein, hol dir das Ding. Na, dann sterb ich ja auch. Oh, nein. Doch. Nein. Ich kenn mich. Oh. Sehr schön. Was kriegen wir hier? Sammlergemälde. Sammlergemälde. Wow. Viel zu hell. Okay. Noch was hier. Okay. Cool. Hä? Vorbe ich mich denn jetzt festgehalten? Achso. Okay, cool. Ja, das ist Skill, liebe Leute. Ja. Hm. Ja, ist so. Oh, hier kann man wieder ne, ne, Dings, ne Kiste dran aufspießen. Ich glaub, das müssen wir sogar tun. Weil das ist hier so glitschig, da kommt man nicht weiter. Ja. Ähm. Gibt ja auch hier genug Kisten. So. So. Ähm. Hier gibt's auch noch ganz, ganz viel Zeug. Was zur Hölle? Nein, 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 nein. So komm ich da nicht weiter. Hm, okay. Wieso ist da schon wieder ne Holzkiste? Rechts ist ne Spinne. Achso, du hast die. Ja, weißt du, was ich mit der jetzt mache? Ich möcht's gar nicht wissen, glaub ich. Was zum. Ja, cool. Ich hab sie kaputt gemacht. Ähm. Heb mal mit nem Zauberer die Kiste so hoch, damit ich mich da dran hangeln kann. Ja, hab sie. Wo willst du denn hin? Rechts? Höher. Nach links. Nach links. Okay, Moment. Wow. Was zum. Was zur Hölle? Wo bin ich? Ähm, äh, bei der. Okay. Gibt's da noch mehr? Ja, gibt's noch mehr. Gibt's noch ganz, 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 ganz viele Holzkisten und noch mehr Zeug. Ähm. Du sagst, das ist ja bestimmt alles ganz brav ein, ne? Ja. Man braucht mich darum ja nicht kümmern, das ist schön. Moment mal. Bewegung und so wie eklig. Ja, wirft deinen Sturm, haben wir hier mal einfach so durch die Gegend. Ist cool. Ah, das Spiel ist echt episch, so. Ist zwar teilweise ein bisschen verbuggt und so, aber da oben kann man auch ne Holzkiste aufschließen. Mach ich direkt mal. Und man kann jetzt vielleicht ein bisschen schwingen. Ja. Ups. Du musst das Ding schwingen, nicht die Holzkiste. Das Ding schwingen. Schwing das Ding. So, ich bin drüben. Das freut mich. Wenn das Ding nochmal rüberkommt, dann kann ich es vielleicht auch nochmal... Ja. Okay. What the fuck. Hm. Da kommt man irgendwie nicht ran. Doch, kommt man. Da ist zur Hölle. Ähm, okay. Lol. What the fuck. Okay. Ich wollte... Ich war jetzt neugierig. Ich wollte... Cool. Ähm, wo sind wir jetzt? Ach, nee. Hier wieder. Ach, scheiße. Da musste ich ja links hoch. Okay. Ich muss erst nochmal kurz hier hoch... Das klang nach Schmerzen. Lol. Das war gerade... Das war gerade richtig cool. Okay. Schade, dass man das nicht gesehen hat. Ja, ich bin halt wichtiger. Ist halt... Hast du da ne Planke auf die... Ja. Cool. Was dagegen? Ja, komm rüber. Ja, ich dachte, so stören die Bieste uns nicht so. Ähm... Geh weiter. Ich... Geh einfach weiter. Sehr schön. Meine Leiche ist zu schwer für das Blatt. Was tust du mit meiner Leiche? Nein, ich wollte eigentlich das Ding in die Aufhalten. Aber so bringt es meine Leiche jetzt abgeschüttelt. Ja. Ist doch alles nur Ballast. Oh, scheiße. Was? Was ist so... Nicht weiter rüber, du stirbst. Ich... Ja, ich konnte es gerade nicht groß beeinflussen. Oh! Was? Cool. Okay. So. Schwing das Ding! So, ich bin drüben. Ja, ich auch. Bald. Hm, ich seh dich aber noch nicht. Tut mir echt leid. Mir nicht so. Ja, ich weiß. Ich... Okay. Endlich hast du es verstanden. Gut. Wird das heute noch mal was, oder? Ja, irgendwann bestimmt. Ach, nee. Stunden später ist er dann auch schon da. Oh ja, wieder mit Special Effects hier rüberrennen. Oh, lol. Geil. Ich bin voll reingehüpft trotzdem. Ey, was zum? Wo bin ich? Ach, da ist meine Tussi. Ich hab sie gefunden. Okay. Ah, ich bin halb... Halb tot. Cool. Ja. Geil. Wie er da liegt. Das sieht auch cool aus. Arsch nach oben? Nee. Nee, war auch noch um. Da hat die Beine aber nach hinten geknickt. What? Ach, da war ein Checkpoint. Hab ich gar nicht mehr gekriegt. Auch cool. What? Scheiße. Auch geil. Da bin ich ja vorhin bloß am Checkpoint vorbeigehüpft. Ja. Da oben ist ein Goblin irgendwo. So hoch komme ich leider nicht. What the fuck, Alter. Ich bin zu doof, irgendwie. Mal wieder. Ich baue mir hier gerade mühsam eine Brücke, ja? Und du? Ähm, ich versuche auch Sinnvolles zu machen. Also so wie immer. Das klappt halt bloß nicht so. Ich habe jetzt hier oben eine Brücke gebaut. Auch cool. So episch wie ich bin. Nur, dass ich jetzt nicht mehr hochkomme, deswegen. Aber egal. Hauptsache ich komme rüber. Ja, genau. Ja, ich komme echt nicht mehr hoch. Ja, ich bin jetzt hier im epischen Kampf. Ja, ich bin auch... Und bin tot gleich. Ich bin nicht dabei sein kann. Ich bin tot. Bin gestorben in dem epischen Kampf. Ja, ich bin tot, ich komme nicht zurück. Alles wunderbar. Wieso wirst du bloß links langlaufen? Nein, links ist Abgrund. Na und? Da kann man doch ein bisschen langlaufen, muss ich. So. ZEIN! Ah, ich mache ja mal schnell alle tot. Dann mach das mal schnell. Uäh! Okay, cool. Hier oben noch was? Nein. Okay. Hier bist wieder du. Hallo. Na? Na, also die Zähne passt genau zu dir. Was? Na, das hier. Ha! Du. Ja, mach doch. Traust dich nicht? Geht das eigentlich auch mit Eispfeilen? Nö. Ich geh mal in Deckung. Hm, passiert nichts. Okay. Hier explodiert's auch gleich. Aha. Cool. Ähm... Warte, man gibt's hier unten irgendwie noch eine Fiole? Nö. In dem Gift? Nein. Ja, das ist jetzt auch cool. Gefällt mir. Wow! Äh, ich bin tot. Cool. Ne, du musst einfach rüberjumpen. Ich und rüberjumpen. Ja. Du sagst doch mal, dass du voll den Skill hast. Ja, hab ich auch. Siehst du ja. Du bist beinahe dabei gestorben, aber egal. Beinahe, aber nicht. Ne? Ich möchte ja nichts sagen, aber ich hab dich gerettet, ne? Ja. Ja. Cool. Ähm, gut. Ich brauch hier ne Planke. Ich brauch hier Räume. Moment, lass das mal so. Nein, lass das mal so. Runter. Ja. Geht's hoch. Jetzt wieder runter. Ah. Okay, Moment. Warte. Hoch. Und, äh, wenn ich los renne, wieder runter. Runter. Nice. Okay. Levelaufstieg, okay. Cool. Wie gesagt, ich brauch hier ne Planke. Mal. Okay, ich brauch nichts. Ähm, du brauchst ne Planke. Moment, gleich. Hier unten gibt's nämlich nur was. Ja. Oder auch nicht. Okay. Levelaufstieg, warte. Kann ich mir hier nichts von holen. Okay, schließen. Hör auf, das Ding wird zu bewegen. Warte mal, bei mir klingt das Telefon. Ich muss mal kurz unterbrechen. Ciao. Tschüss.